Hallo Leute und herzlich willkommen zum 8. Part von Super Mario Galaxy. Beim letzten Mal haben wir einen Kometen hier gemacht. Und was bist du? Bist du Reisen, Reiseziel, Keksfabrikalaxie? Nein. Dein anderer Mario Freund. Wir haben beim letzten Mal den ersten Kometen gemacht. Das war eine gute Zeit. Und heute waren wir in der 2. Weltreise. Außerdem waren wir schon die Testball-Galaxie komplett abgeschlossen. Da gab es ja auch nur einen Stern. Und jetzt wollen wir weiter. Hier haben wir abgeschlossen. Wie gesagt, heute waren wir weiter mit der Kampffelsengalaxie. Und hier ist die Mission Riesenfestung aufgetaucht. Oh, da ist der Stern drin. Okay. Und wahrscheinlich im Kugli. So, jetzt sind wir hier. Und... Da gibt es anscheinend hier diese blauen Sterne. Interessant. Das war ja nur ein Schau. Bis dahin. Ja. Das ist alles. Ja. Das war ja so. Doch. Bei uns hat das abgeklappt. Das war ja. Ja. Oh, da! Okay. Zack! Jetzt haben wir das. Sehr schön. Hier! Pferd? So ein Springtyp ist. Achso! Das war ja ich. Ich muss mich hier reinsteigen. Jetzt wieder auf Pferd. Was ist denn hier? Achso, das Pferd! Was ist denn hier? Ich hab' gar nicht gesehen. Ich hab' nichts mehr gesehen. Ich hab' nichts mehr gesehen. Ja. Ich hab' nichts mehr gesehen. Sehr schön. Was ist das Video gefällt? Like und abonniere mich. Gern den Kanal. Okay. Hinter... Hinterbucht? Hinterbucht? Sehr schön. Hinterbucht. Hinterbucht. Nein! Es wird gar nicht mehr. Doppelt. Das war mir so wie ein Wartier, das ist ein Wartier. Das ist ein Wartier. Thomas? Nein. Ich will das nicht. Oh mein Gott ist ja auch so. Tschüssi. So. Hallo. So. Nächster? Vielleicht wird das alles sein. Was ist das? Noch ein bisschen mehr Stärkstaub. Wer steht? Komm her. Hallo. Hallo. Ach so. Nein. Nein. Noch einen. Vielleicht wird er ja kommen. Hallo. Oh nein. Wow. Ich würde so lange her kommen. Einmal. Yes. Ich würde so lange her kommen. Ich würde so lange her kommen. Oh nein. Ja. Ja. Na bing. Ja. Ah... Oh! 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 Nein! Mann! Gotten denn schon mit... Schau runter! So, da... Ich glaube... Hier... Geil! So, ich habe jetzt alles geschafft. So, erster Stern ist heute mit Bart. Nice. Und dann geht es, glaube ich, weiter mit der anderen Galaxie. Sternensperrgalaxie, finde ich. Oh, neue Galaxie geht auch wieder. Schönen. Feindliche Basis entdeckt. Und wir messen unerhört große Energiemengen. Was treibt die da bloß? Vielleicht noch was die da treiben. Was die da treiben? Sorry, ich bin ein bisschen verkühlt. Was wird gemerkt? Ja. Ah, du kannst doch schon aufmachen. Außer das Sternenverbrück. Ja, das war mir aber erst am Schluss. Also, das finde ich voll cool. Ey, Mann. Ja. Juhu. So. Die nächste Halt. Sternenstaubgalaxie. Und zwar ein zweiter Stern. Felix Flotte der Garnel. Okay, oh. Schaut, sieht interessant aus. Was? Wurde. Die Augen. Wir haben hier die Flugzeuge vom Toad. Und Suchtrup Toad. Na, Toad Suchtrup, so. Mario über einen Suchdruck, der sich in Chaos Flutter eingeschrieben hat, kann einfach nicht mehr zurück. Und ich, der Kapitän, werde sie retten. Wart's noch? Er ist nie. Das ist ein Gewalt. Das ist alles so feinbar. Schluss! Schluss! Oh, in Apfel, in den Fallen! Boah, und wie mehr ich denn nicht? Der ist geniecht. Oh, hier ist das. Jetzt mal Sternkaufe. Und der ist auch so. Boah! Ich weiß nicht. Spring und dreh dich! Oder machen... Kein Sprung! Das ist so laut. Er ist auf die Bühne gesprungen. Wenn du etwas in einem hohen Ort aufsammeln willst, spring und fülle Dreh hier aus. Ach mit? Oder mal versuch. Das ist nämlich Wüste. Am 8. Part. Wee! Was war? Was war? Was war? Fick mal Trinken! Was ist das denn? Wer hat da im Einzelnen? Was ist das denn? Ah! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh! Das ist das denn! Was ist das denn? Oh! 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 Oh, ich tue irgendwie falsch, oder? Oh, ich tue irgendwie falsch, oder? Oh, ich tue ein bisschen drin. Mund aus! Und schütt! Ja, dann ab! Oh, ich tue den Sack! Oh, ich tue den Sack! Ist da was drin? Oh, da gibt es ja schon alles drin. Ja, das war das Kameralfüß! Sack! Oh! Ja, er hat sehr viel gebracht. Jetzt habe ich das mit selbst treffen, jetzt. Mit so einem Schmitzwerf. Oh! Ja, deswegen bin ich noch immer. Garmin. Maximlitz, das denke ich. Der geht wie in Odyssee. Der geht wie in Odyssee. Der... Oh, mein... Ist das eine Herz da? Das Königsherz, glaube ich, heißt das? Was hat man denn da? Was ist das Leben? Oh, ich bin der Meister! Oh, mein Gott! Was ist das? So viel mehr secrets. Mit skill. Wie ist das? Der Bosskampf? Wow, ist die Hesli. Die Hesli. Mann! Ah, ich brille Müze. Ah, da habe ich die Müze. Verrecke! Verrecke! Nein, du her! Panzer! Mann! Mann! Warte, wenn ich sie besiegt habe. Ha! Oh! Gerade getroffen. Oh, nein! Oh, nein! Was? Was machst du da? Oh, ja! Oh, nein! 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 Oh! Oh, nicht zerstört! Wo ist der Panzer? Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Ich hab's aber was noch getroffen. Ich hab's hier nicht geschlossen. Oh mein Gott, das ist nicht lustig. Das ist echt voll geil. Geil, genau. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin grüß aus dem Ding. Und ist da vorne was? Nee. Wir müssen reißen. Wir müssen noch ändern. Da haben wir die nächsten Sternen erhalten. Und es geht sich so durch eine aus. Nice. Ja. So, 16 Sternen haben wir jetzt. Oh! 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 Oh, wo ist der Komet? Oh nein! Das ist Zeit! Und das ist es. Und das ist es. Zeit angelüftet. Was war das denn? Oh, das war ja das. Oh nein! Oh nein! Vor allem das am Ende. Wie soll man das am Ende bitte so machen? Wie viel Zeit habe ich? Ja gut. Vier Minuten. Das Mann habe ich. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein. Frau. Das war ja. Oh ja. Oh ne. So, ja. Einen Tag lang! Mario, was machst du? Die Stolme soll so müh'n, wenn man so müh'n ist. Denkst du was? Ja. Oh nein. Oh nein. Jetzt lass mal los. Drei Minuten, drei Minuten, drei Minuten, drei Minuten, drei Minuten. Nein, wieder hoch. Wieder hoch. Mario. Guck mal. Du. 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 Das haben wir schon im letzten Part gemacht, wenn die Part nicht so gut ist. Erst in der Videobeschreibung sind sie die blödesten. Okay, wir sind am Ende und haben noch 2 Minuten. Erstmal liegen wir uns das mit. Erstmal liegen wir uns das mit. Also, was ich nix die Aufmerksamkeit? Soll ich das mit? Soll ich zu sehen? Das ist unser Bestes. Dann sagen wir uns das mit. Ich habe das mit. Oh, ist er ein Glück und Weg? Boah! Yes, wir haben's. Und jetzt noch zurück. Eine Minute zwölf. Sollte ich ja nicht ausgeben. Boah! Boah! Easy! Huch! War doch einfach erst gedacht. Und ich... Nee, eigentlich bin ich der Fan von irgendwelchen Zeitsachen. Aber Lisa hat sie schon Lust in den Töten? Die sind einfach geil. Und weil das so geil ist... Haben wir irgendwo... Ja. Nee. Hm. Ja, egal. Wir haben noch da eins. So, Achtung! Diese... Diese Folge... In dieser Folge... Du schleich dich in die Riesenversorgung. Ich muss verschwinden. Ist im Winter aber auch ziemlich normal eigentlich. Ja. Oh, hier gibt's ein Kugelwels. Ja. Komm, Drank. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Wurde ich das nicht gut. Ja. Ich weiß nicht! Ja. Wurde ich. Du willst mich verarschen? Ich denke der nicht schon. Ach, Corby. Das war ja irgendwie... Wie ist die Kugelwelschneu? So... Ja, genau. Das fern sie jetzt auch einmal los. Das ist so ein Schmutz! Was ist das? Ich mache alles richtig. Oh nein. Was ist das? Hilfe! Hilfe! Was ist das? Lalalalalala Hey du da, hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen. Ganz viel davon will ich essen. Lalalalalala Komm schon, gib mir mal Sternteile. Wenn ich 30 esse, verwandle ich. Ich habe nur zufrieden. Ich habe nur zufrieden. Und ich habe nur zufrieden. Oh ja. Jetzt ist es wieder zufrieden. Das sind das mit Sternten. Geil. Was ist die Hau? Hier. Ich weiß, wir sind hier auf uns. Hier. Jetzt geht er noch um. Ah, der ist hier. Ja. Ich weiß, wir sind da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will nur einfach den Weg bringen, damit ich zu dieser anderen Galaxie komme. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Genius sein. Da, Fließ! Ja, jetzt hab ich Glück. Ah, das war's, das war's. Oh, das war's, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Von Favalu! Oh, das war's. Oh, das ist so fett. Oh, das ist so fett. Oh, was ist das? Das ist eine Sackhasse, du bist der Mundluck von mir. Aber wer... Niemand hat hier nicht brennbar Mücken gelaufen. Wenn ich dir die Lücke gebe, machst du das hier sauber. Und ja. Oh, danke, danke. Oh, nee. Ein Zeitspiel! Warum? Nein, das hab ich gemacht. Solo oder so Leute. Oh, ja. und ja. Oh, my god! Oh my god, so... Tremelen... Warum? Warum? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ja, 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 ja. Was kriegt ihr dafür? Das ist Mario Karting. Geil! Nein, das war ja nicht. Ich würde da gar nicht mehr. Explodieren doch bitte! Nein, du scheiß Ding! Das was Ding ist vor dir! Mann, halt zur Mauer. Oh Gott! Hm? Oh Gott! Hier! Das muss da bitte fliegen. Das kommt das da weg. Aber es war richtig scheiße. Nee, ich hab nicht. Halt's Mauli, will das machen? Oh mein Gott! Die haben gedacht, jetzt kommt noch viel entspannt ab. Mal sterben, was geht raus? Das ist ein richtiger Humboldt. Das ist ein richtiger Humboldt. Das ist ein richtiger Humboldt. Ah! Ja. Die ist zu transportieren! Die war so scheiße! Ja! Alter, das ist so ein Mühle. Da war es immer schön, dass sie irgendwie von 10 Sterne schon stehen. Ja! Bitte! Yes! Ja! Vielen, vielen Dank! Jetzt ist es schön sauber. Auch übrigens, ich habe das hier drin. Vielen Dank, dass du geholfen hast. Nie wieder Gambo. Nie wieder. Yes! Geschafft! Am Ende des Parts. Schön eine große Herausforderung. Aber die ist jetzt erledigt. Sehr schön. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter hier in dieser Galaxie. Und vielleicht gibt es dann auch schon... Oh, dann ist die letzte Galaxie. Schalten wir nächstes Mal frei. Abonniert gerne. Lasst einen Like da. Und abonniert. Glockenaktiviert. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Tschüss! Vinsuch. Ich sch Netze. Wir sehen uns. Vielen Dank.